Am meisten bringt es unseren Mitarbeitern, denn sie wollen ja alle mitmachen und sie wollen unbedingt gewinnen. Also vor allem Fabio, er will einfach gewinnen. Und zwar nicht nur gewinnen, er will den Wasser! Allen! Allen! Nein, es bringt uns schon... Also ich denke, als wir mit dem Schober gewonnen haben und mit dem anderen, du merkst schon, wie die Leute plötzlich darüber diskutieren, plötzlich die Medien sind auf dich interessiert, es bringt schon sehr viel. Also auch übrigens mal einen ganz grossen Dank an Andreas Krummes, wo man eigentlich sehr wenig sagt. Es braucht ja schon Mut, so grosse Sachen zu machen, weil das ist ja schon eine rechte Schüssel, die da nicht gepflästert wird. Und dass der das seit so vielen Jahren macht, wow!